Olaf, ihr habt das Öl gefunden! Es kommt noch mehr Ruhe bei ihm an! Was macht ihr denn? Mehr, 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 mehr Nassel, mehr, mehr, ah, das ist Nassel, immer Nassel. Wir haben viel Öl geputzt, Olaf, aber wir brauchen noch mehr Öl, wir müssen sie verdraben, sie verdraben. Und das ist so, wie wir sie über die P Arbeit schauen. Wir brauchen noch mehr Öl, wir brauchen noch mehr Öl, wir brauchen noch mehr Öl. Applaus 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 Ja, das ist viel genug. Wir brauchen noch mehr Öl, viel mehr Öl. Ja, es ist viel genug. Aber ist das nicht zu helfen jetzt im Jahr 2022? Oh, das ist viel genug. Das ist viel genug. Ich habe Ihnen zum Frühstens mal gesagt, dass Sie Abstand halten sollen. Haben Sie mich verstanden? Haben Sie mich verstanden? Ich bin Olaf Scholz, ich bin der Bundesländer. Wir brauchen das Öl! So kriegen wir das für dich. Unsere Wesen hat das zusammengebrechen. Ja, das ist gut, das ist gut. Jetzt hat die Polizei mir eine Schaufel genommen. Ich bin doch Olaf Scholz und muss nach Öl fahren. Jetzt können wir nicht mehr nach Öl fahren. Das ist doch meine Verantwortung. Ich muss doch die Wirtschaft ziehen. Wir müssen die Wettbewerden versorgen mit Öl. Wo sind die Schaufeln? Die Polizei hat mir die Schaufel genommen. Wir brauchen Öl.